Hallo und herzlich willkommen zum Telestammtisch. Heute wieder ein Spezial von der German Comic Con 2017 hier in Frankfurt. Und beginnen wollen wir heute mit einem englischen Interview. Ich habe jemanden neben mir stehen, der etwas zeichnet, das nennt sich Texorcist. Und was Texorcist ist, das soll er dann sagen. So, es ist nur black und white, es ist kein inking, ist es? Es ist nur ein black und white Comic, das ist richtig. Was hast du inspiriert von? Die Bilder meinten mir an olden Disney Comic Sachen. Are there any influences like that? Was hast du inspiriert von? Und ich liebe das older Disney, black und white style. Es ist ein bisschen rougher, es ist ein bisschen mehr bizarer, als die mehr refineden Sachen. Ich liebe Graffiti Art, ich bin beeinflusst von dem. Tintin, ich liebe Tintin, und da ist definitiv ein beeinflusst von dem. Und wirklich, ja, do-it-yourself Comics. Great. As ich kann sehen, da ist die Chance zu kaufen, ein Mini Comic von dir. Wie viele Pages sind? Die Mini Comic ist vier Pages. Und die Hauptsache, die wir machen, ist ein bisschen ein Preview. So, die Comic ist eigentlich mainly digital, und es ist free. Ich sende es bei e-mail every month, drei oder vier Pages. Es ist eine 32-Page Story overall, so in etwa sechs Monate, du hast die ganze Story. Free Comics sind gut Comics. So, es ist immer wert, es ist immer wert, es ist immer wert, es ist immer wert. Und wie können wir dich folgen? Ist es eine e-mail-liste, oder eine Chance, zu kommen, zu kommen, zu kommen, zu kommen, zu kommen? Ja, wenn du willst, für den Comic, kannst du auf die Website gehen. Es ist ein Tumblr-website. Es ist otherearthpress.tumblr. Oder du kannst mich auf Twitter finden, at otherearthpress.tumblr. Und da, du kannst mich in Kontakt mit mir, oder find die Website da. Wir werden alle Links in die Show Notes, so dass du die Chance hast, zu klicken auf es. Oh, das ist great. Das ist einfach. Danke sehr, danke für deine Zeit, und gut Glück. Ja, danke so viel. Ciao. Ja, enjoy the rest of the day. Vielen Dank.